Hi, mein Name ist Dan Gramser. Das Handelsvolumen an den Futures-Märkten ist rasant gestiegen. Was treibt diesen Anstieg des Handelsvolumens an? Lassen Sie uns einige der Gründe untersuchen, warum Menschen sich für den Handel mit Futures entscheiden. Der Futures-Markt bietet viele Vorteile im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Zunächst einmal bieten Futures eine hervorragende Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren. Sie bieten eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, um an Finanz- und Rohstoffmärkten zu handeln, beispielsweise Aktienindizes wie den S&P 500, Nasdaq, Dow Jones und Russell 2000. Devisen wie Euro, japanischer Yen, britisches Pfund und Bitcoin. Zinssätze von der 30-tägigen Fed-Funds-Rate bis hin zu 30-jährigen Staatsanleihen. Die gesamte US-Renditekurve ist mit Futures vertreten. Metalle, einschließlich Edelmetallen wie Gold und Silber und Basismetalle wie Kupfer, aber auch Energie, einschließlich Rohöl und Erdgas, sowie Agrarrohstoffe wie Sojabohnen, Mais und Weizen. Als weltweit führender und vielfältigster Derivate-Marktplatz bietet die CME Group Produkte für alle wichtigen Anlageklassen an, die ihnen eine direkte und transparente Methode bieten, um auf ihre Informationen zu reagieren und an Markttrends zu partizipieren. CME Group Futures bieten im Vergleich zu vielen anderen Märkten auch längere Handelszeiten. Tatsächlich wird auf den Märkten der CME Group praktisch 24 Stunden, 6 Tage die Woche gehandelt. Dies gibt den Händlern die Flexibilität, Trades zu eröffnen und zu schließen, Risiken zu managen und zu sehen, wie auf diesem Markt rund um die Uhr Informationen aufgenommen werden. Möchten Sie schon vor der Eröffnung der US-Börsen Handeln oder Dividendenbekanntmachung nach Schließung der US-Börse ausnutzen? Aktienindex-Futures bieten ihnen diese Möglichkeit. Darüber hinaus bieten Futures-Märkte eine ausgezeichnete Liquidität und im Gegensatz zu Produkten wie ETFs, die die Futures-Märkte abbilden, gibt es bei Futures keinen Tracking-Error und keine zusätzlichen Management oder sonstige versteckte Gebühren. Mit Futures haben Sie ein direktes Market-Exposure. Wurden Sie als Aktienhändler aufgrund der Pattern-Day-Trading-Regel jemals vom Handel ausgeschlossen? Oder haben Sie aufgrund von Short-Selling-Beschränkungen eine Handelsmöglichkeit verpasst? Als Futures-Händler können Sie Ihre Marktmeinung ausdrücken, indem Sie mehrmals am Tag oder in der Woche long oder short gehen können, ohne sich dabei Gedanken über Day-Trading-Beschränkungen oder die Möglichkeit, eine Short-Position auf dem Markt einnehmen zu können, zu machen. Schließlich bieten Futures auch die Möglichkeit, eine signifikante Hebelwirkung zu erzielen, ohne den Zinsaufwand für Margin-Darlehen, die für Aktien oder ETFs benötigt werden, bezahlen zu müssen. Aber bitte beachten Sie, dass die zusätzliche Hebelwirkung auch ein zusätzliches Risiko bedeutet. Händler auf der ganzen Welt nutzen Futures der CME Group, um Risiken einfach zu reduzieren oder Gewinne bei sich ändernden Märkten zu erzielen. Sind Sie daran interessiert, Zugang zum weltweit führenden und vielfältigsten Derivatenmarktplatz zu erhalten? Links bietet Ihnen direkten Zugang zur CME Group mit einer preisgekrönten Handelsplattform. Überzeugen Sie sich selbst. Erfahren Sie mehr über den Futures-Handel auf der Links-Website.